Genau, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Haben zuletzt mit den beiden hier gesprochen, die sehr unsympathisch waren. Ich kann jetzt leider die Notizen gar nicht lesen zu denen, weil die sind ja gar nicht eingetragen. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich müsste nochmal mit denen reden sonst. Vielleicht mache ich das. Aber ich wollte ja eigentlich zuletzt die Notizen zu den zwei anderen, die wir noch kennengelernt haben, vorlesen. Und ja, ich mache das jetzt mal. Ich mag den guten alten Giuliano sehr. Er betreibt das Gilberts, die einzige Kneipe in Porcupine. Ich war schon ein paar Mal hier und hatte meistens einen guten Abend. Es kam aber das ein oder andere Mal zu einer Auseinandersetzung mit einem gewissen Ralf. Aber solche Zackereien gehören wohl zum Alltag des Kneipenwirts. Er ist die Ruhe in Person. Er sieht schon so aus, er ist halt eine Schildkröte, ne? Es wundert mich nicht. Es wundert mich nicht. Ja, echt schade, dass das Spiel gecrashed ist beim letzten Mal. Das finde ich nicht so schön. Das zeigt wohl doch noch ein paar Macken. Aber es kann natürlich auch sein, dass es jetzt ein Einzelfall war und dass es wirklich nicht mehr vorkommt. Adele von Witterstein. Anmutig, elegant, exzentrisch. Ich habe sie heute Morgen auf dem Marktplatz kennengelernt. Sie scheint eine Menge über die Geschichte von Porcupine zu wissen. Ich war noch nie sonderlich an Geschichte interessiert. Aber ich möchte ein wenig über meine neue Heimat lernen. Wenn ich etwas Zeit habe, sollte ich wieder mit dir sprechen. Machen wir, machen wir. Scheint ja ganz sympathisch. Jetzt sprechen wir mit dem hier. Was der Hausmeister zu sein scheint. Guten Morgen, Gregor. Wie geht es Ihnen? Hm. Viel zu tun. Die Woche hat gerade erst angefangen und hier stinkt es schon wie im Fegefeuer. Der Gestank von Sergejs Fraß würde mir den ganzen Tag in der... In der was? In der Schnüss sitzen? Wäre so schnutemäßig? Wurde der Müllchen nicht abgeholt? Sehe ich aus wie die Müllabfuhr? Scheinbar nicht. Das wollte ich damit nicht sagen. Das will ich auch hoffen. Sonst landest du direkt mit ihm im Container. Ich hoffe, dass ihr Tag heute noch entspannter wird. Du könntest dazu beitragen. Weißt du das? Ach so. Wie kann ich dir ihnen helfen? Mach keinen Müll. Mach keinen Dreck. Mach nichts kaputt. Ganz einfach. Drei ganz einfache Regeln. Und die ganzen feinen Doktorinnen und Doktoren kriegen das nicht gebacken. Ich merke es mir. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Du hast keine Vorstellung davon, wie lange es gedauert hat, das Chaos nach deinem Unfall aufzuräumen. Das waren sie? Wer denn sonst? Okay, dann danke. Hm. Ja. Er soll vielleicht einen anderen Job machen. Mir scheint es sehr danach, als ob er den nicht mag. Und generell Live-Lesson an der Stelle macht nichts, was ihr nicht mögt als Job. Ganz einfach. Das ist immer eine schwierige Entscheidung. Gerade wenn man so ein bisschen da reingezwungen wurde irgendwie mal irgendwann in den Job. Oder vielleicht auch gedacht hat, dass es seins wäre. Es aber am Ende doch keinen Spaß macht. Und dann mein Vorschlag ist einfach immer, sucht euch was anderes. Es gibt genug Jobs an sich. Keine Ahnung. Ich weiß nämlich immer, dass sich sehr viele damit schwer tun, dann zu kündigen. Und ich würde sagen, macht es. Wenn es euch nicht mehr liegt. Gregor Glendorber ist der Hausmeister des Krankenhauses. Er macht mir ein bisschen Angst. Ich glaube, er mag mich nicht. Ich habe Angst, dass er bald vor unserer Tür steht und uns umbringt. Das ist die Angst, mit der ich zu leben habe. Okay, ähm, gehen wir mal. Oh, warte, hallo. Ich will mit Ihnen reden. Schade, weg ist sie. Übrigens, ich glaube, die Musik könnte noch mal ein bisschen lauter, ne? Ich hatte sie nämlich am Anfang ein bisschen leiser gemacht, weil ich gedacht habe, sie wird noch ein bisschen lauter. Wurde sie dann allerdings nicht. Und naja, dann habe ich mir gedacht, hey. Hey, komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich will mit ihr reden. Oh nein, jetzt wird auf euch aus, dass in die Cafeteria angedrückt. Schade, dass es keinen Skip-Button gibt zu den Gesprächen hier, wenn man da aus Versehen mal raufkommt. Das wäre nämlich auch eine nützliche Sache. Vor allem gerade nach dem Spiel-Crash halt. Okay, nehmen wir jetzt den Fahrstuhl oder die Treppen. An sich sind die Treppen, aus meiner Erfahrung, da ist sie eben schon wieder gewesen. Ja, wir kriegen die nicht gecatcht. Aus meiner Erfahrung sind Treppen meistens ein bisschen, naja, schneller. Aber irgendwie finde ich den Fahrstuhl schon cooler. Fahrstuhlfahren hat schon ein bisschen mehr was, ne? Es wäre lustig, hätten die den Ladescreen einfach länger gemacht als bei der Treppe. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch bei der Treppe gar kein Ladescreen. Wer weiß. Was hätten wir wohl noch gesehen auf der Treppe? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich finde die Charakter-Designs übrigens sehr süß. Die sind alle sehr unik und cool. Oh nein. Doktorin Kowalski, oder wie sie hieß. Oh Gott. Wir sind zu spät, oder? Ah, Finlay. Eine halbe Stunde zu früh. Erfrischend. So lobe ich mir das. Oh. Sogar zu früh. Mensch, Finlay. Ich bin zu früh? Wirklich? Unsinn. Sie sind viel zu spät. Schon wieder. Oh Mann. Ich hasse Sie jetzt schon. So eine Aktion sind uncool. Lassen Sie mich raten, der Bus fuhr nicht. Ja, tut mir leid. Ich planen Sie ab sofort ohne den Bus. Sonst planen wir bald ohne Sie. Verstanden? Ja, verstanden. Tut mir leid, Doktorin Kowalski. Wenn Sie erlauben, starten wir dann jetzt die Visite in Zimmer 301. Sie ist nicht nett. Ich hab gedacht, okay, vielleicht übertreiben wir auch ein bisschen. Vielleicht ist sie ja doch ganz nett. Nee. Ist sie nicht. Sie ist ein ziemliches Monster. Gerade durch dieses, sie sind eine halbe Stunde zu früh. Oh, das lass ich mir loben. Wirklich? Nee, sie sind total zu spät. Das find ich frech. Die Toilette der Station. Wenn man Glück hat, ist sie sauber. Manchmal hört man leise Wimmergeräusche aus den Kabinen. Man sagt die mir. Das sei ganz normal. Oh. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hm. Komisches Krankenhaus. Okay, wir sollen auf die Station. Also nicht auf die Station, sondern auf die, ähm. Auf das Zimmer 301. Gibt es denn aber noch irgendwas anderes zu sehen in die andere Richtung? Irgendwie ein, mit dem wir sprechen wollen oder so? Oh, hier gibt's Tee. Oder Kaffee. Ich hab übrigens hier auch ein Tee stehen. Ganz wichtige Angelegenheit. Und hier fliegt schon wieder eine Fliege rum. Das find ich nervig. Aber, es ist so kalt derzeitig geworden, dass das Tee schon wieder, es ist wieder die Teesaison und das mag ich. Direkt mal einen Schluck genommen. So, ähm, rein hier. Das ist sogar ein ziemlich großes Zimmer. Echt eine große Station. Oder ein großes Krankenhaus an sich. Gerade für eine kleine Stadt. Hier haben wir Frau Martin. Guten Morgen. Sie sind ja ganz schön spät dran. Wem sagen Sie das, Frau Martin? M-m. Frau Martin hat es eilig, nach Hause zu kommen. Das ist ein gutes Zeichen. Etwas Ruhe brauchen Sie jedoch noch. Also, Frau Martin, kam gestern mit Schmerzen im oberen Bauchraum zu uns. Zudem klagte sie über Sodbrennen, Übelkeit und Appetitlosigkeit. Ja, aber der eigentliche Grund war ein Stechen im Herzen. Da hatte ich Panik bekommen und den Notarzt gerufen. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich mich kaum bewegen konnte. Das war auch absolut richtig. Irgendjemand eine Idee, Mia? Ich? Also, jetzt spucken Sie es schon aus. Äh, ge... Ähm, ja. Schwür? Ein Magengeschwür? Ist das eine Frage oder Ihre Antwort? Meine Antwort. Bingo! Der Grund ist ein Magengeschwür. Die Ursache müssen wir noch untersuchen. Bisher weist nichts auf eine Gastritis oder dergleichen hin. Also, Frau Martin, Sie werden vermutlich noch eine weitere Nacht hierbleiben. Wir werden Ihre Werte später noch einmal checken. Versuchen Sie, äh, sich zu entspannen. Wille, Sie werden sich doch später noch um die Medikation von Frau Martin kümmern. Weiter geht's ins Zimmer 303. Auf, auf, zack, zack. Machen wir nicht so einen Stress. Patienten brauchen ihre Ruhe. Aua. Ich hab das Gefühl, da sollte jemand noch ein paar Nächte hierbleiben. Das hört sich nicht gut an. Wenn vom Patienten selber noch Schmerzen kommen, dann... Äh, ich weiß nicht. Okay, 303, ne? Ich denke doch, das sollte hier sein. Mal sehen, was es jetzt ist. Wir ignorieren einfach die Jemand, die am Start liegen. Okay. Na, Larisa, wie geht es uns heute? Ganz okay, Doktorski. Das hört man doch gerne. Kannst du für uns ein paar Mal tief ein- und ausatmen? So wie gestern Abend? Na klar, Achtung! Hm. Sorry, Doktor Krofowski. Äh, Doktorin Krofowski. Alles gut. Das war sehr, sehr gut. Wie sieht's aus? Willst du meinem Team hier erzählen, warum du hier bist? Ja, kann ich machen, Doktor Kay. Doktorin Kay. Muss ich mir noch angewöhnen. Ähm, also. Ich war unten an der Schule mit den anderen. Wir waren hinten im Skatepark. Ich kann gar nicht so gut skaten. Ich habe das Skateboard erst zum Geburtstag bekommen. Aber ich will es ganz sicher noch lernen. Mein Brett ist super cool. Es hat grüne Rollen und das Griptape ist voll schwarz und noch ganz neu. Ich habe gehört, dass manche Kinder absichtlich ihr Skateboard zerkratzen, damit es cooler aussieht. Kann ich nicht verstehen. Unter meinem Brett ist ein großes Bild von einem Roboter. Das ist viel zu cool. Das soll nicht verkratzen. Aber was habt ihr unten an der Schule gemacht? Ach so. Ähm, naja, also. Das war so... Mein Kumpel Christo hat Zigaretten von seinem Stiefvater gemopst. Er meinte, wer gut skaten will, muss auch rauchen. Das gehört dazu, meinte er. Buh, schwach von deinem Freund. Man muss nicht rauchen, um skaten zu können. Man kann wohl eher besser skaten, wenn man nicht raucht. Das wäre die richtige Pointe. Ich wollte eigentlich nicht, aber ich wollte auch nicht feige sein. Ich war vom Üben auch noch voll aus der Puste. Er hat die Zigarette angezündet und ich habe daran gezogen. Super ekelhaft. Ich raff nicht, warum die Erwachsenen das freiwillig machen. Same. Ich verstehe auch nicht, warum man raucht. Es ist echt eklig. Es ist echt eklig. Ja, also habe ich gezogen. Und mir blieb die Luft weg. Ich habe gehustet und gehustet, aber es kam keine Luft. Dann bin ich umgekippt. Zum Glück haben meine Freunde schnell den Notarzt gerufen. Ja, also, so war das. Danke, Larissa. Das hast du sehr gut erklärt. Also, ich höre ihre Meinung, meine werte Kollegin und mein werter Kollege. Was denkst du, Finley? Hm. Ich weiß es, Dr. Krowawski. Doktorin Krowawski. Hat es mir schon erzählt. Nicht vorsagen, Larissa. Oh, okay, sorry. Dr. Krowawski. Hihi. Asthma. Es könnte ein asthmatischer Anfall gewesen sein. Ja, Asthma klingt logisch. Yep, logisch und korrekt. Ein Glücksgriff. Ohne die Hilfe von meiner Assistentin Larissa wären sie sicher nicht darauf gekommen. Hihi. Gut, Larissa. Gut, Larissa. Mach schön weiter deine Atemübungen. Aber überanstrenge dich nicht. Mach ich, Dr. Doktorin Krowawski. So, letzte Station für heute ist Zimmer P33. Ach, und Finley. Sie kennen den Patienten bereits. Er ist Herr Willi. Andres. Oh, den kennen wir da wirklich schon. Ich gehe davon aus, dass Ihnen dieser Name geläufig ist. Herr Andres? Ja. Er ist ein Dauergast auf unserer Station. Herr Andres ist vom älteren Kaliber. Neben seinen neu gewonnenen Verletzungen ist sein Kopf nicht mehr allzu gut im Schuss. Halten sie sich also entsprechend. Also gehen wir aus von Alzheimer oder was? Oder generell von... Keine Ahnung, was man darunter versteht. P33, das war auf der anderen Seite, ne? Ist das irgendwie so Notstation? Warte, wir können ja gucken, wo die lang gehen. Wir gehen in der Gruppe. Ich möchte in der Mitte sein. Ich möchte in der Mitte sein. Oder wir gehen hinten. Nee, nee, wir gehen vorne. Okay, P33 war es, ne? Ich bin sogar vor euch da. Oh, die müssen selber auch noch reingehen. Okay. Ich glaube, wir hätten mit ihr nochmal sprechen können, oder? Mit Larissa? Das hätte ich mal machen sollen. Egal. Auf jeden Fall kurze Live-Lessen. Rauchen ist nicht cool. Einfach, ganz einfach. Oh. Es wird alles gut, Herr Andres. Mir liegt die Sache sehr am Herzen und ich werde schnell eine Lösung finden. Ah, Doktorin Krowawski. Gut, dass ich Sie sehe. Guten Morgen, Herr Heidrich. Was verschafft uns die Ehre? Herr Andres natürlich. Ich habe gehört, dass er auf dem Weg der Besserung sei. Da bin ich sehr erleichtert. Der Arme hat ja ganz schön was abbekommen. Der Zwischenfall hat uns die letzten Tage sehr beschäftigt, wie Sie selbst wissen. Das weiß ich, ja. Ich habe die letzten Tage Blut und Wasser geschwitzt. Nicht nur, dass das Ganze versicherungstechnisch wirklich unschön ist. Ich habe mir große Sorgen um unseren Patienten gemacht. Und natürlich auch um unseren jungen Assistentenarzt. Ich hoffe, Sie sind wieder auf den Beinen. Sind Sie wieder voll einsatzfähig? Ja, es geht schon. Danke, Herr Heidrich. Toll, dass Sie wieder für uns da sind. Wirklich, das bewundere ich sehr. Ich gebe Ihnen natürlich keine Schuld für den Unfall. Niemand im St. Ursula tut das. Das St. Ursula selbst ist für diesen Unfall verantwortlich. Deswegen nehmen wir uns auch persönlich in die Verantwortung. Ich habe für den Herr Anders die bestmögliche Behandlung veranlasst. Deswegen haben wir ihm einen Platz in der besten Rera-Klinik des Landes verschafft. Er wird dort rund um die Uhr gut versorgt. Die Ruhe wird auch seiner altersbedingten Demenz zugutekommen. Darum freue ich mich auch, dass wir uns heute Morgen treffen, Dr. Kroworski. Ach so. Jaja, bitte tun Sie mir den Gefallen und beurteilen Sie heute im Laufe des Tages Herrn Andres Zustand. Wenn Sie ihm mit gutem Gewissen entlassen können, geben Sie mir Bescheid. Dann werde ich direkt einen Transport veranlassen. Verstanden. Ich schaue ihn mir gleich an und gebe unten Bescheid. Danke. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Unsere aller Zeit ist kostbar. Ja, wie ich schon meinte. Demenz. Ach, und sollten Sie Verstärkung in Ihrem Team brauchen, schaue ich, was ich tun kann. Eine funktionierende Infrastruktur ist undenkbar. Äh, nee, was stand da? Keine Ahnung. Zu schnell geskippt. Wir wollen nicht, dass unsere Belegschaft wegen Überlastung ausfällt. Machen Sie es gut und haben Sie einen erfolgreichen Tag. Ja, tschüss, Herr Heidrich. Ja, wie denn auch sei. Guten Morgen, Herr Andres. Wissen Sie, meine Tochter sieht ganz genauso aus wie Sie. Ja, ja. Da hat Ihre Tochter aber großes Glück. Wie geht es Ihnen heute? Das habe ich doch gerade alles schon erzählt. Da war ich leider noch nicht im Raum, Herr Andres. Was wollen Sie dann hier? Ich möchte mich erkundigen, wie es Ihnen geht und mir Ihre Verbände ansehen. Wann gibt es denn Mittag? Danach. Okay, dann machen Sie es schon. Finlay? Was? Äh, ja. Andres leidet unter Demenz, ist aber, wie Sie sehen können, noch relativ fit. Also, dass er sich allein schon daran erinnern kann, dass es überhaupt Mittag gibt, ist auch schon impressive tatsächlich. Er hat sich durch besagten Zwischenfall eine Wunde am Bein zugezogen und eine mittelschwere Gehirnerschütterung hatte er ebenfalls. Finlay, seien Sie doch so nett und wechseln Sie den Verband von Herrn Andres. Es ist wichtig, die Verbände frisch zu halten. Zudem können wir so einen Blick auf die Wunde werfen. Ich soll jetzt direkt die Verbände wechseln? Sie können auch Herr Andres fragen, ob er es selber machen will. Ich bin mir sicher, er ist geschickter als Sie. Okay, okay, ich mache es ja schon. Hm. Die verarschen uns ja alle. Nicht gerade nett von denen. Okay, wechseln wir mal den Verband. Guten Morgen, Herr Andres. Ich bin sehr froh, Sie zu sehen. Was? Kenn ich Sie? Ja, also, vielleicht. Es gab da diesen Unfall, wissen Sie? Ich will heute Lasagne, aber lassen Sie den Salat weg. Ich kann das Grünzeug nicht leiden. Herr Andres? Finlay, was tun Sie da? Soll ich Ihnen noch Tee und Kuchen bringen? Herr Andres hat der ganze Stress nicht gut getan. Jetzt gönnen Sie ihm Ruhe und machen Sie Ihre Arbeit. Ich wollte nur... Okay. Okay, okay, okay. Ich sehe schon. Das erste Minigame, oder? Finde ich cool. Behandlung. Eine gute Versorgung ist alles. Drücke und halte dafür die angezeigten Tasten. Achte darauf, dass du nicht mehr Tasten drückst, als angezeigt werden. Sei so schnell wie möglich und lasse zwischendurch keine Tasten wieder los. Drücke E. Okay, okay, okay. Ich muss, ich muss also, ich muss bereit sein dafür. Oh Gott. Ach, warte mal. Erst, erst, wenn die kommen. Okay. Ach, nee, warte so. Ich muss sie erst checken. Oh Gott. Man muss, man muss wirklich ziemlich lange Finger haben dafür. Oh Gott. Ist gar nicht so einfach. Das waren echt fiese Tastenkombis. Sieh mal einer an. Der Verband ist zwar nur so Mittelklasse, aber... Bin mit dem Zustand der Wunde zufrieden. Ich komme später nochmal zu Ihnen und prüfe die Ihre Werte. Aber es besteht eine Chance, dass wir Sie zeitnah entlassen können. Das wäre schön, Frau Krowowski. Doktor. Nein, nein, ich bin kein Doktor. Ich bin nur ein alter, zerstreuter Geist. Oh Mann. Okay, wir sind durch, Mia Finlay. Kommen Sie zu mir und ich überlege Ihnen, äh... Ich übergebe Ihnen Ihre Aufgaben für die heutige Schicht. Ach, ich hab gedacht, wir sind schon fertig mit der heutigen Schicht. Ich hab gedacht, das wäre schon unser Feierabend an dem Punkt. Okay, anscheinend wohl nicht. Anscheinend wohl nicht. Heute wird noch nicht Frühfeierabend gemacht. Ist okay. Nee, ist viel Arbeit. Aber na gut, ich würde auf jeden Fall sagen, äh... In der nächsten Folge schauen wir dann mal, was aus dem guten Herr Andres wird und ob er wirklich übergeben wird. Ansonsten bin ich auch sehr gespannt, was für Aufgaben hier noch kommt. Denn das Minigame gerade kann ich mir, glaube ich, in einem Zeitstress schon ziemlich stressig vorstellen. Aber ich schaff das schon. Jetzt weiß ich ja, was getan werden muss. Das wusste ich ja am Anfang nicht. Ansonsten, wir sehen uns in der nächsten Folge auf Porcupine wieder. Habt noch einen wunderschönen ärztlichen Tag. Lasst eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye!